Oh, bad. Sieht ganz schön bullig aus, das Ding. Vor allem mit diesen... Seitendingern. Okay, auf der Straße ist das Ding aber bescheiden zu lenken. Ich hätte doch andere Felgen nehmen sollen. Äh, ja. Ich wollte einmal... Grün. Äh, ich muss aber erst einmal mir ein anderes Auto zulegen. Okay, Hauptquartier. Betreten. Ich brauche ein anderes Auto. Weil Geländefahrzeug auf Straßenränder kacken wir ab. Da brauche ich, wie gesagt, entweder mein 370Z. Boah, das Ding sieht so evil aus, ey. Zombie. Das ist Zombie. Oh, Sammlung. Haben wir aktuell ausgerüstet? Perf. Das Ding ist bad. No, ich hätte aber ganz gerne... So. Haben wir vielleicht noch ein paar schöne Teile, die wir hier einbauen können? Haben wir maximal... Ach, haben wir das letzte Mal ja schon gemacht. Das klappt. Verlasikowski. Machen wir gleich jene Blitzreise dahin. Ah, mal kurz zur Eurigung. Ah. So ein Fussel da drin. Ohne. So. So, dann gehen wir doch als erstes einmal... ...dahin. Zu grün. Belohnung. Spielen. Benutztes Fahrzeug. Äh, ich will das nicht benutzen. Ach so, ist Gelände. Ah, okay. Nichts gesagt. Wir müssen Gelände nehmen. Ah, die V-6 lassen mich locker. Wo ist meine Kohle? Zahl schon. Wir legen deine ganze Crew um. Sehr beruhigend. Wir müssen das beschleunigen. Fahr lieber ein, zwei Rennen und bring ein paar Dollar rein. Okay. Gut, dass wir unser Fahrzeug... Du brauchst ja dir vor, was die 510-Busse machen, wenn wir nicht zahlen. Weißt du, unsere Köpfe, ein Topf, Formaldehyd, volles Programm. Hört sich nett an. Die Kerle sind Adrenalin-Junkies. Ein Haufen Idioten mit mehr Geld als können. Es sollte dir nicht schwerfallen, sie komplett auszunehmen. Ja, und wir haben wieder unseren Mini-Cooper dabei. Aber wir fahren Zombie. Gewinn das, wenn du atmen willst. Wenn ich atmen will. Oh, meine Fresse. So wird das aber nix. Okay, wir haben noch ein paar Checkpoints vor uns. Also von daher alles gut. Bin ich jetzt schon Platz 1? Ich hätte dich damals bei meinen Bankdingern gebrauchen können. Ja, ich bin erster. Wie sich das gehört. Okay, langsam. Okay, ich bin nach wie vor begeistert. Nein! Ich weiß, dass du noch schneller kannst. Ja, sorry, Chef. Da war so ein Gebäude im Weg. Ansonsten muss ich halt gleich nochmal fahren. Ist doch kein Beinbruch. Mehr oder weniger. Obwohl. Hä, hä. Bin ja dabei, aber ich krieg die nicht. Oh, komm schon. Jawohl! Du hast es drauf. Ja, natürlich habe ich es drauf. Was hast du denn gedacht? Ha! Zombie gewinnt! Zombie! Zombie! Ui, ein Schakalou! Ah, kann ja nur Silber werden. Ah, vier Stufen verbessert. Nicer, nicer. Na ja, besser Silber als Bronze. Oh, Auspuffstufe 17. Für ihn. Ja, ausstatten. Statten wir direkt aus. Fortfahren. Hätten wir besser machen können, aber einmal habe ich mich da zwischen Haus und Stange eingeklemmt. Ein paar Leute von mir versuchen, den Dieb zu finden, der das Geld gestohlen hat. Also, sag Bescheid, wenn du irgendwas hörst. Ei, ei, Chef. Zombie over and out. Ja, ehrlich. So, jetzt haben wir das. Was, ich finde einen Fall? Wo ist hier denn einer? Moby Dick oder wie? Hm. Nein, wir haben hier einen schönen Aussichtspunkt. Sieht aber echt schick aus hier. Die Ostküste. Schon hübsch. Ah, wir sind kacken mal mit dem Ding nicht ganz so ab. Im Gelände. Ach ja, wir sollten vielleicht mal, äh... Nächste... So nah wollte ich jetzt auch nicht ran. Das Harry-Problem. Und da haben wir... Heiße Jagd. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Gelände. Ah, müssen Wegpunkt setzen. Wir kommen sonst nicht hin. Da wir da leider noch nichts erkundet haben. Aber das ist ja nicht so das Problem. Könnt ihr die Abkürzung nehmen? Wozu haben wir ein Gelände-Auto? Wir fahren zwar auch nicht so extrem schnell hier im Gelände. Aber... Schneller als mit unserem Skyline. Gut, der ist Straße. Straßenperformance. Hüpfung. Jetzt haben die erstmal alle keinen Strom. Hahaha. Ah, so schnell ist der jetzt auch nicht. Gut, dafür fährt er immerhin hier. Super. Hm, wir sind Level 21. Ich weiß gar nicht, was das höchste Level ist. Kriegen wir dann irgendwas geschenkt? Na ja. Sechs Kilometer. Kriegen wir ja wohl hin. Locker flockig. Ah. Schöne Gegend hier. Also kann ich nicht anders sagen. Das ist echt eine schöne Gegend mit Bäumen. Und Gras. Zäune. Bauern. Kühe. Alles was dazu gehört. Hier ist der amerikanische Traum. Mehr oder weniger. Ah, Halt. Zombie falsche Richtung. So. Tra-la-li. Tra-la-la. Tra-la-hop-sa-sa. Noch 4,4 Kilometer. Bin mal gesp... Was? Polizei? Nichts. Polizei. Polizei. Pff. Oh, da vorne. Polizei. Falsch. Wir fahren einfach Hui Und Hui Yeah, nur fliegen ist schöner Habe ich schon erwähnt Noch 2,7 Kilometer Also ich muss sagen, die Polizei fliegt hier Außerordentlich tief Einfach mal mit 200 Durchs Gelände pestern Mein Fiat fährt nicht mal 200 Können wir sogar parallel noch ein bisschen Das Auto auftunen Ja, okay Nee Jawohl, Silber Was haben wir? Stufe 10 Ich glaube, das brauchen wir gar nicht Okay, plus 2 Ja, starten wir mal raus Okay, das war Präzisionstest Das hier müsste es Jetzt Ja, ja, fortfahren Müsste unsere Aufgabe sein Einzel Bitte, bitte, danke Hey Alex Irgendwas stimmt da nicht mit Harry Sag nicht, er gräbt dich schon wieder an Nein Er sagte, er müsse ein paar Teile aus der Werkstatt holen Aber sein Wagen ist nicht da Okay Warte mal, du hast ihn verwandt? Die Operation ist zu wichtig, um es dem Zufall zu überlassen Außerdem schuldet er irgendjemand Geld Er weiß, was er sich eingehandelt hat Oha Fickst ja nicht richtig Wahrscheinlich musste er nur Ein, zwei Besorgungen machen Vielleicht Vielleicht nicht Nur so weiß ich es sicher Wie gesagt Er ist nicht in der Werkstatt Und ich sage, ich kenne Harry schon mein ganzes Leben Er war wie ein Vater Er ist auf unserer Seite Dann braucht er auch nicht zu lieben Die Verbindung ist instabil Vermeide starke Erschütterung Sonst trainierst du die GPS-Daten von mir Komm zu Harry, bevor er weg ist Alles klar Okay, vier Kilometer in dreißig Sekunden Aber die Frau ist doch echt Nicht mehr ganz koscher im Kopf, oder? Für wen hält die mich? Michael Schumacher? Uah Ich hätte doch einfach Ach Gott Querfahren können Weg da, ihr Tiere Kriegen wir wenigstens Zeit bei einem Checkpoint wieder drauf? Ja, okay Kriegen wir wieder drauf Alles klar Nichts gesagt Weil sonst Never ever Wow Ich kann ja gleich V-Rallye oder Gran Turismo im Rallye-Modus spielen Ich glaube, das Spiel will, dass ich Abkürzungen benutze Ich beeile mich ja schon Ich beeile mich ja schon Das ist nicht so leicht hier Ja Ja Meine Fresse Hui Okay, Brücke Tschuldigung Tschuldigung Okay, es geht nur geradeaus Naja, fast Ach, ernsthaft Ach, ernsthaft? Ein paar Sekunden habe ich ja noch Oh Gott sei Dank Moin Rüte Ich kann jedes Mal mit dem Auto in eine Waschanlage Und jetzt muss ich auch noch irgendwas ausdellen Und noch Bronze Naja, besser als gar nichts Bremsen Aber es ist ganz gut, wenn wir jetzt ein bisschen unser Geländefahrzeug Ein bisschen Oh, 20 Dieses Teil einbauen Aber noch kein Level Up Kriegen wir mit der nächsten Mission hin Und was kommt jetzt? Oh, Sequenz Boah, ich könnte so geile Thumbnails dafür machen Nein, ich nehme das Standard-Ballpaper Egal Was ist los? Nee, ich sagte nichts Er hat eine Freundin Was passiert? Du weißt du was, Michaela Ich meine, unser Auto fällt ja auch da oben überhaupt nicht auf, ne? So, wo haben wir nochmal das? Das nächste Rennen ist da Heißjagd Machen wir auch wieder Gelände Machen wir auch wieder